Willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Tankstelle und wurden hier hindurch überrascht bei unserem Waldspaziergang. Gut, dann wollen wir mal hier weiter gehen. Vorsicht! Ach nee, nicht schon wieder Baustelle. Hier kann doch sonst was passieren. Ach nee, und da oben ist Licht zum Heilen. Halt, Moment, nicht vergessen. Munition. Batterien. Sehr schön. Was? Gegenstandslimit erreicht. Wie doof ist das denn? Aber egal. Okay, da oder da lang? Gucken wir erstmal hier. Ganz schön groß hier. Tausend Wege, wo man weiter könnte. Hier hinten brennt Licht. Nicht da rein springen. Nein. Ich rieche doch erst auf die andere Seite. Die hinten ist nix. Wozu kann man dann hierher? Ja. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ich rieche doch. Ich rieche doch. Ich rieche doch schon wieder. Ach so, ach so. Ach so. Da. Mann. Ja. Ja, scheiße. Ich rieche doch. Ach so. Und ausweichen. Haha. Nein. Sehr schön. Ich will erstmal rein gucken. Bevor ich da in Schaltern rumspiele. Da liegt was. Meine Skriptseite. Wake wird von Zürich angegriffen. Ich sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in hundert tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Sag bitte nicht, dass ich jetzt noch gegen Vögel kämpfen muss. Sputflinte. Oh yeah, größeres Kaliber. Aber ich bleibe erst mal beim Revolver. Sicher ist sicher. Warum gleich die stärkere Munition verballern? Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, Alan, hast du schon mal gesagt. Gut, da drüben ist die Leuchte. Was haben wir hier? Zunächst erstmal Licht, ein Licht zum Hallen. Das ist nie verkehrt. Aha. Toll, ziehe die Maschine drin. Okay, so setze ich ab. Okay, kann ich jetzt auch irgendwie hoch und runter? Ich kann irgendwie noch links und rechts machen. Ja. Dann dürfte es aber so passen. Gut. Ja. Da ist das, was wir gebaut haben. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Dann hier hoch. Und jetzt müsste der ganze Haufen unter uns einkracken. Dam, dam, dam. Ja, es hört sich auch fast so an. Okay, wenigstens ein paar Schritte weiter. Sehr gut, sehr gut. Komm, Alan, hoch da. Licht. Flutscheinwerfer. Was haben wir hier? Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alles schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Ja. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmelkristall klar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Kann man so sagen, ja. Ja, normale Radiosendung. Nichts Besonderes. Oh, 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 da ist wieder was. Noch eine Leuchtpistole. Sehr schön. Und gleich zurück auf den Revolver wechseln. Ich will eine Superwaffe nicht gleich wieder verballern. Gut, und so langsam wird es ziemlich dunkel. Mal wieder mehr auf den Radar gucken. Hier lang. Vorne ist wieder eine Manuskriptseite. Die wollen wir uns doch gleich mal anhören. Wake findet Seiten. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie baden die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Okay... Oh, mach das, wie verhandlach. Nein, du Engdauer. Der Madensprenger ist der beste Fida. Keine Frage. Der Monster extrem ist gleich nach! Komm raus. Der Skador ist der drittes outdated. Das ist ein Schuss. Schön, dass die Gegner hier immer Touristen-Stipps geben. Hier ist das. Ah, komm, komm. Scheiße, ich muss weg. Weg! Weg, 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 weg. Touristen ist unfair. Feige, weißt du das? Ja! Ah! Das Licht! Ah, willst du ein paar Körner? Geht schon. Will noch jemand? Hä? Wo wollen wir Munition? Was steht hier? Oh, das blendet immer so hoch. Oh, ich soll dir nicht so hoch machen. Sollte ich nicht zu trödeln. Sollte ich nicht zu trödeln. Und nachladen. Nachladen. Daneben! So, hab ich jetzt mal kurz Zeit hier. Und höp. Sehr schön. Sollte ich einen Moment sicher sein. Nachladen. Ja, ich merke schon. Wenn, macht das Spiel schon Druck. Dabei will ich mir immer... Hier lieber die Umgebung näher angucken. Ich bin gerade ans Mikro gekommen. Weil das jetzt ein Störgeräusch ergeben hat. Tut das mir leid. Ja. Für dich. Ach das. Geh weg. Oh. Freeze. Ich hab keine Angst vor der Dunkelheit. Ich hab keine Angst vor der Dunkelheit. Ich hätte nur Schiss in diesem Wald. Aber sowas von. Seht euch nicht. Ich hab dich jetzt mal an. Neblig. Dunkel. Axtmörder in allen Ecken. Ich werde hier keine Angst. Nein, 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 nein. Ich hab dich gehört. Wow, aber dich nicht gesehen. Und dich wollen wir auch noch gleich. Weg. Weg. Sehr schön. Und weiter. Dag очень. Immer weiter, weiter. edia eingriff zum Morgen. Kommt immer näher das Licht. Guckt eins noch auf. ắthöööööööööööööööööööööööööööööööööööoph anner Nööööööch Ja... Tsch- Mann..... Tschüss, wie Kofsi- Ich will doch nur die Seite hier... Ich immer A und B verwechsel Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Kleiner Vorrschmack auf das, was in der Tankstelle kommt, hm? Okay. Wie rum kann ich hier? Hier kann ich wo? Und dann hier. Sieht doch gut aus. Nein. Kann ich nicht drüber. Schade. Gut, kurz heilen. Mission auffrischen. Drehen. Könnte ich gleich mal nachladen. Wow, wow, wow. Hoffentlich sind wir bald am Ziel. Und ich latsche schon wieder an die Kante ran. Aber ich glaube, ich kann nicht runter. Ich habe jetzt wieder etwas aufgemalt. Ho. Rühre ich aber nie an. Ich muss immer nur das Ding angucken, gleich nach oben. Ich müsste mich so erschrecken. So, und hinter mir sammeln sie sich jetzt, hm? Okay. So eine Wand, warum haben ich die Pfeile hier hochgeführt? Hier lang. Ist hier wieder was versteckt? Na, na? Tatsache. Boah, noch eine Läuftpistole. Sehr schön, zwei Schuss. Ah, halt, ich muss die Waffe nachladen. Oh Gott, die Musik gefällt mir gar nicht. Aber Leute, ich mach hier Schluss. Weiter geht's im nächsten Part. Und ich muss noch an das, was ich, was ich, was ich jetzt zum nächsten Mal, So geht's. So geht's. So geht's. Vielen Dank.